Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge in Grand Skies aka Skysolete mit dem guten Kinsey, der hier einen Sänkreststart hinlegt. Oho, Kinsey, Kinsey FDW, wow! Hier, hier, ich geb dir mein, ich geb dir mein Thermometer. Ich mach mir ein neues, dann kannst du auch ein bisschen scannen. Warum? Aber ich meine, ich hab schon alles. Also wenn du meinst, da ist vielleicht was, was noch nicht gescannt wurde, neue Maschinen oder so. Die AuraNode. Die kannst du scannen. Die AuraNode ist schon gescannt. Ja. Ja, aber ich kann ja alles neu scannen. Wie? Kannst du echt? Ja, klar. Hast du ein eigenes Research-Menü? Das ist ja... Ja, logisch. Ja, dann solltest du dir auch noch einen Taumonomikon machen. Aber ich hab jetzt keine Lust da drauf. Ist kein Problem, ich mach dir eins. War nur ein Bücherregal. Ne, ich hab jetzt keine Lust hier alles abzuscannen, weil ich eigentlich wichtige Sachen zu tun habe. Ne, musst du ja auch nicht. Nur für alle Fälle. So, zum einen habe ich nämlich jetzt rausgefunden, wie man, ja, wie man Pink Slime herstellen kann. Und das ist eigentlich gar nicht so schwer. Wir brauchen nämlich ein Slaughterhouse. Und einen Fury da reinstecken. Oh ja, geil. Slaughterhouse. Das ist keine Schade. Das müssten wir doch alles haben. Yay! Das ging ja schnell und einfach. So, Slaughterhouse habe ich. Dann setzen wir das Ding jetzt mal hier in unserem Mob-Häuschen. Auto. Ja. Ah, das Teil braucht jetzt auch noch Energie. Okay. Kannst ja eine Batterie nehmen. Ja. So, ich muss jetzt mal überlegen, wie ich das hier am dürfsten mache. Boah, es gehen mir die Hühner auf die Eier. Bin ich froh, dass sie heute geschlachtet werden. Ja. Aber ich möchte gerne dabei sein, ja? Ja, ja. Okay, okay. Ich mach jetzt erstmal hier Slaughter-Action. Wir haben doch hier hinten irgendwo noch eine Batterie. Ich krisch krisch ein auf der Batterie. So. Oh ja, der hat gut Punkte gemacht. Bitte? Das Deconstruction-Table, den ich eben gebaut habe, der hat mir viele, viele Punkte beim Scannen gebracht. Oh, sehr gut. Ach, da haben wir noch eine Batterie. Okay. So, laden wir mal die Batterie auf. Ähm, 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 ähm. Lädt sie jetzt auf? Jawohl, sie lädt auf. Das geht ja fix. Relativ fix. Was macht mehr hier? Was macht mehr hier? Aha. Mhm. Mhm. Was muss ich denn noch machen, dass ich das krieg? Menno. Mhm. 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 Ah, der hat auch schon die neue, ähm, die neue Soundcraft, äh, Rezept, äh, Freischaltungsmethode. Ähm, ist blöd. Ich fand sie vorher besser. Ist easy mode. Ist easy mode. Das heißt? Ähm, man kann das für, ähm, Aspekte kaufen im Taumonomikon. Ich bin auch grad am shoppen. Okay. Aber ich glaub ich muss erst, also ich könnte mir ja auch nochmal Goldkappen machen. Ich versuch's mal, wenn ich das kaufe, dass ich vielleicht was Neues bekomm. Wie witzig, ich hör die Geräusche von dem, äh, von deinem Research Table. Echt? Mhm. Bin grad vorbeigelaufen, also, hab ich halt das Geräusch. Hm. Bittesch. Bittesch. Ah, jetzt kann ich auch ne Focus Poach machen. Achja, ich wollte die Fackel rausholen. Okay, warte, kann ich, kann ich noch was scannen? Kann ich noch irgendwas sagen? Focus Poach, wofür war die? Ähm, die ist, ähm, da kannst du deine Focus, Fockeys, wie ist denn die Mehrzahl von Focus? Fuck you? Deine Fuck yous kannst du da lagern. Oh, cool. Das ist ja echt stylisch. Äh, ich muss noch etwas scannen, was Dings... Hey, runter da, geht's noch? Aber bevor ich das mach, mach ich lieber das, was ich sowieso vorhatte. Ich will oben ein ME-System drin haben. Dafür brauch ich Raw Plastics. Ahja, die Batterie. Raw Plastics. Dann muss ich aber das hier nochmal branden, sonst funktioniert das nicht. Jetzt machst du Branding. Ja man, Branding. Zapp, 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 zapp. Ja, ich muss noch mal eine Fluix Dings machen, das brauche ich. So, reicht. Reicht. Toll, sind gar keine Monster drin. Das ist doof. Okay. Mach, komm, machen wir so. Und dann gehen wir da. Ne, öh. Basic. Kabel. Fluix Dust. Wird hergestellt aus Redstone, Zettos Quarz und... ne, Quarz Dust. Öh, und was war da noch für ein Rezept? Hm, 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 hm. Raw Plastics noch dazu. Ach, dann kriege ich vier. Oh, das ist ja geil. Ja, dann machen wir Raw Plastics dazu. Also Redstone. Puh, 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 puh. Naja, umsonst ist nix. 17. Bist du noch... Wo kommst raus? Das? Wand, ne? Nein, aus Dust. Jedes Mal wieder. Kann, wir... Ich glaube, wir müssten noch ein Autineum... Ach, nee, da ist ja, ist ja auf der anderen Seite schon einer, das ist ja cool. So, alle Hühner da runter, bitte. Alle Hühner in den Todesschacht. Los, komm, komm, Hüter, komm. Also wir machen Dust, Gravel und sand. Oh, Leck. sind zwischendurch voll am legen er arbeitet ja gar nicht der autonomes activator habe ich das gefühl die vordere autonomes activator ist übrigens leer und ist nur der mittlere der befeuert wird ja der muss ja auch nicht voll sein er hätte auch gar keine anschlüsse nein nicht nicht die vorderen ich meine von hier aus gesehen vorderen also damit schon mit anschluss ja kein glück übrigens gleich die hühnerschlacht nur so falls ich da falls es dich interessiert okay ich komme ich bin gerade alle am zusammentreiben ich komme die sind die laufen schon unten rum die laufen die unten raus ja ich glaube nur die kleinen was ist das was packen die da rum ja ja ach nee alter schwede gisela was machst du da bürttel gustav was macht ihr da ist was was hat was was hat den motor mit euch vor was 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 ist hier los so jetzt werden die hühner also noch ein paar ja natürlich auch noch frei bemühen kommt ja noch kleine süße getockt also auch mit dem deutschen schwimmen jetzt mal den gold-block und den deutschen ab willst du nicht vorher noch die pipe füllen die bringt nichts tank live ist voll für den arsch bringt nur 20 live pro sekunde und diesen ratzfatz hier weg ok ok also ich fange jetzt an ja auch ein endlich ruhe los reiner mit euch tschüss tschüss gisela tschüss bürte tschüss gustav das war hermann oh ja da gehen sie davon ich mache diese ruhe wünsche euch ein schönes after life holen nennst du das ein bisschen erfahrungspunkte abstauben hier 17 roth schicken 19 20 die fählers kann ich auch sehr gut gebrauchen ja sehr schön werde ich glaube ich ein paar mal rum in essenz umwandeln wozu war ich das eigentlich weiß ich schon gar nicht mehr ich glaube nur nein ja es hat geklappt ja da ist er schnell rausholen ja mit diesem blatt auf ftw ficken was hühnerschlachten ja mach die restlichen auch noch kaputt warte mal willst du willst du nicht dass der rest rest blut ins ins dings geht in den tank ist mir ganz egal ok ich will ruhe oh ja das ist echt gut ich helfe dir ich mache die außenrum ein bisschen kaputt ja ich sehe dass ihr kleine hühner seid aber irgendwann ist auch mal gut hier es ruckelt alles bei mir hühnchen jetzt sammle ich den schritt ein ich will den schritt nicht haben und nein kann es eigentlich nicht sein der goldsacrifice dein creescent hammer habe ich stil boots habe ich ja lass doch einfach da liegen komm doch das sah witzig aus mit dem energize glowstone im eimer einfach verkehrt rum die stil boots waren nicht meine dein schönes bitteschön danke ich glaube ich habe alles sonst sagt bescheid wenn ihr noch was fehlt sind ich glaube das ist auch deins mir fehlt noch eine hose oder liegt also du brauchst die federn oder was habe ich jetzt eben mitgekommen 346 ich kann nicht diesen verholten platt auf fällt gerade ein glas dabei ein bein vom herzen außer das schaden glas noch habe es jetzt zugebrochen ja brauche ich noch danke e cable also ich brauche ich muss neta quarts ach da ist ja noch neta quarts den verarbeite ich mal zu staub cestus quarts 17 stück habe ich über das ganze kämpfen voll verrafft auf meinen hunger zu achten aber ich habe einen menschen und ich finde es voll tut die um ist es doch noch mal nun jetzt noch ach so hier oben sind noch alle schon noch richtig was das drin das lagere ich hier zwischen so pulverizer der alte pulverizer was der alte pulverizer wir haben nur einen echte meinst du mit dem alten pulverizer ne wir haben zwei ein für das sieb system und ein der manuel zu bedienen ach so ja das sind ja beides pulverizer ja das stimmt schon der nicht old school und new school hatte das meine ich auch gar nicht nee so und jetzt bitte den testus quarts kaputt machen äh nee ich meine den liter quarts ein bisschen schneller wenn ich bitten darf ich verarschen ich glaube der server ist gerade ein bisschen am rumbacken oder bei mir ist alles gut okay dann ist nur bei mir die strafe für das hühner töten ja gut kann sich nicht immer alles aussuchen waypoints latest dass die lied dankeschön ach das heißt übrigens wir können ein weiteres quest abgeben ja bei mir kannst du glaube ich auch noch quest abgebe müsste warte mal ich gucke mal selber wieso ach so ach ich muss erst die focus pouch machen und die gold cap ok spagassi und meatballs willst du mit verarschen das ist doch kacka das ist kein guter tausch gewesen die kann ja noch nicht mehr kaufen weil ich noch magie brauche also präkend ist die kacke ok präkend hallo mache ich aus ach ich muss zum research table ich kann keine hühner mehr im im altar töten ist fertig dann nehme ich gleich mit komisch vielleicht weil der altar jetzt sich zu fein dafür ist ja maybe 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 oder leckst mir doch ein wasch und ein zombie den kannst du töten dann mache ich mir erstmal die kabel so meter quarts zestus quarts 17 stück nur so und raw plastics dazu um den ertrag zu verdammeln so 64 fluix das hallo und da drin etwas und pink slime sind schon 100 milli buckets drin sehr schön noch ein wenig mehr fluiduct und einen tank das wird nicht reichen das wird auf keinen fall reichen auch nicht wenn ich den in die mitte machen ein und ja ich rede mit mir selber spaß es macht mir einfach spaß dann sagt ihr einen schönen groß schön groß gehen sie dankeschön ich hoffe das reicht ich glaube aber nicht bitte 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 nichts bitte bitte wieder weg naja egal kriegen wir schon hin so da haben wir 19 da haben wir dann geteilt durch 6 passt nicht mehr sind 8 und dann habe ich 60 me kabel so muss ich das eigentlich vom kern aus weg führen oder kann ich das machen wie ich will keine ahnung fragt mich sachen was wollte ich eigentlich noch machen nachher präkante besorgen aber ich weiß im moment noch nicht ganz woher präkante show ja mann yo prig da ist der kern me controller von dem leite ich jetzt mal ja von dem leite ich direkten kabel ab dann muss ich leider deine glas scheiben kaputt machen bist du das wahnsinn muss ich ja gar nicht kann hier oben durch okay dann brauche ich noch meine spitze hast du dir immer noch nichts mit mit silktouch gemacht das war doch auch mal dein plan ja aber ich meine es ist doch eigentlich ach so ja ich wollte ja noch ich wollte ihn noch dreidimensionale machen den turm stimmt dafür brauche ich etwas mit silktouch hallo aber jetzt komme ich da doch ran oder da ist jetzt dann brauche ich doch noch einen zweiten tank hallo Prozent das ist ein paar mal weg machen er hat der üblich kommt zu mir tschüdi nein auch nicht schon wieder mann nur auch das ist ja wohl nicht wahr C fix kürzlich ist noch mal was auch gut wenn ich richtig ja dann bin ich richtig gut und du kommst jetzt zu mir bitte danke was hoher flott flott oh der Kinsey hat die die Fackeln schon wieder nicht werdig aufgestellt ich sehe es doch sonst würden hier keine spawnen oh ich habe es vergessen ich habe es voll vergessen und ich habe keinen Saft mehr dann weißt du ja was du gleich machen kannst ja das mache ich auch jetzt sofort das tut mir leid das habe ich voll vergessen oh scheiße hä hä da oh so F7 hä F7 warten 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 da so halt's Maul wo sind wir denn hier naja da muss ich in der Mitte reinpacken oder hier naja gut jetzt ist natürlich wieder Tag da funktioniert abgaben ey guck mal wer der ist da ist Hans Wurst Wurst ich kenne gleich ne Wurst nein guck doch mal hier du doofen ach quatsch wo ist er denn jetzt her gekommen ja gespawnt halt den müssen wir einfangen hast du ein goldenes lasso dabei ist im me system den nehme ich mir den fange ich mir wenn es denn geht mit dem goldenen lasso warum soll es nicht gehen oder meinst du das ist nur für Tiere ja da dachte ich eigentlich weiß ich nicht ich glaube er ist gerade weggefahren ne tschüss oh dieser blöde hm naja wo ist der denn gespawnt kommt bestimmt wieder einer ist der hier warte mal wahrscheinlich irgendwo da in der Gegend ähm F3 ähm Multiplayer Junk Cage was haben wir denn hier für ein Terrain wo steht denn das nochmal Planes sollen hier angeblich sein also der Spawn äh ja Planes hier hier ist Telefon Mist ah das geht doch nicht hier ist Telefon oh das gibt wieder Gamer Probleme lavas lavas voll kenn ihr das 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 Biom das Biom Telefon Telefon das war ein Telefon nicht drin kennst du kennst du nicht kennst du hast du kennst du ja kennst du kennst du kennst du oh ich muss mal wieder F3 drücken das nervt grad voll das Rohr so golden lasso wieder weg hm äh man ich brauche jetzt endlich Pink Slime ähm mehr Pink Slime das reicht noch nicht das würde nicht reichen äh komm äh durch mit dir ah Scheibenhonig ich brauche Saft na wo ist er da also so mach voll da äh Scheibenhonig ach Leute nein oh jetzt hab ich wieder Pfeile und und Rottenfleisch alles was man nicht brauche entschuldige mich mal ganz kurz ja 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 auf Wiedersehen ja so ein Handy auf lautlos machen das ist schon eine Leistung also da äh hab ich auch immer stark die Probleme mit da schmeiß ich lieber ein paar Eier durch die Gegend du 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 kaum ich brauche da nicht mehr viel Pink Slime hm und jetzt ist es wieder Tag könnt ihr bitte die die nächste Nacht lassen Nacht lassen die 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 oh und äh ja wir haben auch das Ende der Folge erreicht und äh Kinsey ist nicht da bitte nur eine ach ja hey Kinsey da ist er ja wieder ja und damit vielen Dank dass ihr eingeschaltet habt oh ne ne doch oh ne wir sehen das jetzt auf meinem Channel hier aus ne das kannst du ja nicht bringen naja egal kacke ne kacke los Kinsey wink mal ich hab zu doll gewinkt tut mir leid ich hab manchmal so unkontrollierte Winkanfälle bis zum nächsten Mal tschüssi tschüss tut mir leid übrigens tschüss 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 tschüss